hey leute heute mal wieder raus zum angeln drei stück haben wir schon und das wetter doch mal auf ich zeige euch mal kein wind hier ist meine frau da kann ich nicht drehen und alles klar dann bis zum nächsten mal war nicht geplant heute deswegen nur ein kleiner snap hoffentlich reicht und reinhauen